Hallo liebe Leute, also es ist jetzt, wie spät ist jetzt Marlies? Ungefähr? Zwei? Halb zwei? Halb zwei um morgens. Der Tag ist um, ich esse jetzt Abendbrot mit meiner Frau und der Katze, da ist sie und war jetzt gerade beim Jan gewesen, den habt ihr ja vielleicht schon wahrgenommen jetzt in dem letzten Video von mir, der möchte gerne, er ist aus Tschechien und der möchte gerne Videos schneiden, er ist Video, wie sagt man, Dokumentarfilmer und hat sich angeboten Videos zu schneiden, so, das habe ich jetzt mit ihm gesprochen, bis jetzt, bis halb zwei morgens und ja, mal gucken, jetzt schon edit das erste Video, sprich, den Vlog von heute gibt es nicht, den gibt es erst morgen, seid nicht sauer, ist nicht viel passiert, ob ihr nicht verpasst. Doch habt ihr, müsst ihr euch natürlich morgen angucken, nicht heute, ja, jetzt wollte ich jetzt nur noch mal kurz loswerden und ich wünsche euch allen eine schöne Nacht, wartet nicht, es kann dauern, mal schauen, wie ihr das macht, er ist eigentlich dokumentarfilmer und kein Cutter, aber er braucht ein bisschen Arbeit. Ja, hier in Berlin sind die Wohnungen teuer und so ist das halt und das würde mich ja auch entlasten, zumindest für die nächsten fünf Wochen, weil danach muss er leider auch wieder nach Prag zurück. Na, schauen wir mal, was dabei rauskommt, ja, wir lassen uns überraschen, also bis morgen, wir sehen uns, schlaft gut, ciao.